Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum hast du ihn mitgenommen? Denn es ist mein Freund. Soviel ich weiß, hast du uns letzte Woche erzählt, dass es aus ist. Er wäre moralisch und gefühlsmäßig auf dem Stand eines Achtjährigen. Ich kann nach unten warten. Ja, das kannst du machen. Glaubst du, dass du es schaffst, zwei Tage lang mal nicht nur an dich zu denken, damit Mama ihr Wochenende bekommt, das sie sich wünscht, und es nicht nur um dich geht? Lächeln! Sag Tschüss! Das ist gut. Ich hätte mir kein besseres, letztes Essen vorstellen können. Skull ist da. Wir essen nur einen kleinen Imbiss am Nachmittag. Und dann fahrt ihr gegen sechs. Vater weiß, was er tut, und Ma weiß, was sie will. Das ist das Einzige, was für uns zählt. Ich kann sie das nicht tun lassen. Ich habe nicht genug von ihr gelernt. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Du kannst Maas Wunsch nicht verhindern. Du kannst bestimmen, was ich mache. Wir haben getan, was wir konnten. Wir haben getan, was wir konnten. Haben wir das? Ich kriege Lust auf einen Joint. Vielleicht will einer mitrauchen? Hast du noch etwas von diesem Hasch? Du hast recht. Womit? Ich habe es mir anders überlegt. Was tun wir jetzt? Geist!